Heute fahre ich zum Gut Warte. Da ist ein gutes italienisches Restaurant, Purino. Ich gehe hinein und bin erstaunt, wie schön das hier ist. Die rustikale Einrichtung passt zu den Gewölberäumen. In dem Restaurant ist Platz für 80 Personen. Purino ist familienfreundlich. Kinder bis 6 Jahre essen und trinken hier kostenlos. Ich schaue in die reichhaltige Speisekarte. Für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern sind diese Räume sehr gut geeignet. 100 Personen haben hier Platz. Über einen separaten Eingang kommen sie hier rein. Im Sommer ist der Biergarten sehr beliebt. Sie sitzen im Grünen und ihre Kinder können auf dem Spielplatz spielen. Was ist Purino? Ein gutes, familienfreundliches Restaurant. Hier wird alles selber hergestellt. Teig, Nudeln, Soßen, Dressing. Die Steinofenpizzas werden nach ursprünglicher italienischer Küche zubereitet. Alles sehr, sehr lecker. Von Paderborn ist das nur ein Katzensprung. 4 Kilometer. Purino finden Sie auf Gutwarte an der B1, Salzkottener Straße 64. Reservierungen können Sie bequem über das Internet machen. Wer noch mehr über Gutwarte erfahren möchte, hier die ausführliche Erklärung. Fahren Sie zu Purino. Mit Familie oder Freunden. Das ist eine gute Wahl. Da että Kiste ist nun da. Jeden. Tagesordnungspunkt 100. ben memory. Untertitelung des ZDF, 2020